Hallo, Gabriele Grasmuck. Fürs Malen bin ich zuständig. An all meine Lieben, ich habe euch heute ein Häschen mitgebracht. Das könnt ihr ganz leicht mit Bleistift vorzeichnen, dann schön mit Borstenpinsel das Fell malen, den Augenglanz dann bitte berücksichtigen, schön groß. Dann habe ich euch wunderschöne Blumen mitgebracht, Fantasieblumen. Oder geht in meinen Garten, was jetzt vielleicht schon blüht, könnt ihr schön aufs Bild. Oder meinetwegen Eier oder auch Karotten fürs Häschen. Und vielleicht oben drüber noch ein paar wunderschöne, wunderbunte Schmetterlinge. Seid kreativ. Ihr könnt auch Wolken zauber machen, indem ihr den Himmel schön blau macht, mit Taschentuch raustupft. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Kreativität und freue mich jetzt schon auf die nächsten Kurse. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss, eure Gabriele.